Präsentiert von empinio24.de, Ihrem Online-Möbelhändler aus Detmold. Einen wunderschönen guten Abend. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz hier heute im DRB-Pokal der Begegnung TVV Lembo gegen TVB 1898 Stuttgart. Es sahen heute 2715 Zuschauer die Partie. Der Halbzeitstand lautete 11 zu 9. Nach der regulären Spielzeit stand es 23 zu 23 und am Ende hatten wir den Spielstand 27 zu 29. Ich begrüße Markus Bauer, der mich gerade ein bisschen unterstützt hat. Und ich begrüße den Geschäftsführer Jürgen Schweikert, Florian Kermann und Jörg Zereik, unseren Geschäftsführer. Markus, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Sieg. War knapp. Was sagst du? Ja, danke schön. Es ist immer knapp, wenn wir gegeneinander spielen in den letzten zwei Jahren. Und immer wieder, wir haben einen Unentschieden dabei, jetzt schon das Zweite im Endeffekt. Im Pokal gibt es nur keins. Und jeweils einer hat gewonnen mal. Also insofern nun alles knapp. Es war so ein bisschen ein Spiegelbild des Spiels vor zwei Wochen in der ersten Halbzeit. Nur, dass wir einen Tick besser unterwegs waren und deshalb auch nur drei Tore hinten waren. Aber unsere Angriffsleistung in den ersten 30 Minuten, da haben wir uns schon richtig schwer getan. Wir haben Johansson wieder zum Weltklasse-Tor wieder gemacht. Er hat gut gehalten, keine Frage. Jogi auch. Aber wir sind wieder ins gleiche Muster gefallen wie vor zwei Wochen. Das hat mich ein bisschen geärgert. Aber die Mannschaft hat dann wirklich das bravourös gemacht in der zweiten Halbzeit. Wir haben dann auch mehr Tempo machen können in der zweiten Welle, wo wir dann zwei, drei leichte Tore gemacht haben. Und dadurch wieder auch schnell rangekommen sind. Und letztendlich, ja, hätten wir es fast schon in der regulären Spielzeit gepackt. Haben wir dann noch den Ausgleich gekriegt und in der Verlängerung haben wir sehr schnell in der ersten Halbzeit mit drei geführt. Dann kommt Lemko auf eins ran und das mit, also da haben wir uns wirklich fast selber ins Knie geschossen. Also mit solchen Fehlern, dass das noch klappt. Und vor allen Dingen auch noch den Spielern, die es normal selber machen. Das ist immer interessant. Aber so sind eben diese Spiele. Und ich bin denen auch nicht böse. Ich fand das bravourös, wie sie vor allen Dingen dann ab Minute 30 wieder aufgetreten sind, wie sie zusammengestanden sind, gekämpft haben. Mit nur zwei Linkshändern das überbrückt haben und hingekriegt haben. Ich bin happy, dass wir in die nächste Runde gekommen sind. Das ist eben im Pokal so, da geht es nur weiterkommen mit den Punkten. Und das haben wir erreicht. Und jetzt harren wir der Dinge, bis die Auslosung folgt. Und dann schauen wir weiter. Danke, Markus. Ja, Florian, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, schönen guten Abend. Ja, klar ist man nach so einem Pokalspiel enttäuscht, weil der Pokal ist dieses Jahr dann für uns zu Ende. Ich muss Markus recht geben. Es war, ich glaube, in der ersten Halbzeit wieder eine sehr gute Abwehrleistung von uns. Meiner Meinung nach sind wir gerade in der ersten Halbzeit, auch in Teilen der zweiten Halbzeit, oft nicht belohnt worden für unsere gute Abwehrarbeit. Ich glaube, dass Stuttgart oft Bälle wiederbekommen hat, die an den Kreis gehen, die komischerweise immer noch mit einem Freiwurf geendet haben. Da waren wir vielleicht dann auch nicht konsequent genug. Das hat das Spiel so ein bisschen offen gehalten. Dann sind wir in der zweiten Halbzeit trotzdem so ins Spiel gekommen, dass wir das Spiel eigentlich immer auch bestimmt haben bei 16, 13, bei 19, 16. Und ich glaube, Knackpunkt war dann beim 20, 16, wo wir das Spiel einfach gerade zu Hause versuchen müssen zuzumachen. Da waren auch so ein paar Situationen, die mir nicht gefallen haben. Dann verwerfen wir im ganzen Spiel leider Gottes zu viele freie Situationen. Wir haben, ich glaube, vier oder fünf Gegenstöße oder in der zweiten Phase, die wir nicht verwerten, wo wir gute Einschusschancen haben. Und die brechen uns so ein bisschen das Genick. Trotzdem sind wir anderthalb Minuten vor Schluss mit zwei Toren hinten. Wir schaffen es dann über den siebten Feldspieler noch in die Verlängerung zu kommen. Wir haben dann ein, zwei unglückliche Entscheidungen in der ersten Halbzeit der Verlängerung und hängen dann immer hinten dran und sind dann eigentlich nur darauf angewiesen, dass Stuttgart Fehler macht. Meiner Meinung nach hat Stuttgart dann am Ende mit ein bisschen mehr Glück vielleicht auch verdient gewonnen. Die einzige Szene, die ich nicht verstehe, wenn es kurz vor Schluss einen sieben Meter im Gegenschluss gibt und einer auf den Arm schlägt, dass es dann nicht auch noch eine Zeitstrafe gibt. Dann hätten wir vielleicht eine Chance bekommen. Wahrscheinlich war es heute auch nicht verdient, weil wir vorher zu viele Chancen weggeworfen haben. Wir werden jetzt uns regenerieren, weil wir haben am Sonntag eine ganz wichtige Aufgabe gegen Hüttenberg. Eine sehr unangenehme Mannschaft, die sich jetzt anderthalb Wochen auf uns vorbereiten konnte. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir sehr gestärkt auftreten. Und ich freue mich. Und das hat man heute auch wieder gesehen. Die Zuschauer, die da waren, die stehen voll hinter uns. Die haben uns sogar gefeiert, auch wenn wir jetzt im Pokal ausgeschieden sind. Die honorieren den Einsatz der Jungs, die Bereitschaft. Und wir können nicht jedes Mal das glücklichere Ende auf unserer Seite haben. Wir werden weiter hart arbeiten und jetzt alles ins letzte Spiel packen. Und da wollen wir zwei Punkte in Lammu behalten. Danke. Danke, Florian. Frank Schweiger hat am Sonntag wieder in Ostwestfalen zu Gast. Nee. Die kommt zu uns. Die kommt zu euch. Ich helfe dir. Wunderbar. Ich wollte auch noch mal auf dir hilfst. Wie sind Sie mit dem Spiel zufrieden wahrscheinlich heute? Klar sind wir hoch zufrieden. Wir wollten ja weiterkommen. Es ist klar, wir haben im Pokal die erste Runde in Aue gespielt. Heute wieder auswärts. Damit das für uns noch ein vernünftiger Pokal werden kann. Nicht nur sportlich, sondern auch finanziell. Es ist wichtig, dass wir heute weitergekommen sind. Glückwürdig an Markus und die Mannschaft. Ich denke wirklich, dass wir das vor allem in den letzten 20 Minuten richtig gut gemacht haben. Ich hatte ja auch das Gefühl, wenn wir es schaffen, mal wirklich ranzukommen. Wir sind ja immer mal wieder auf ein Tor dann rangekommen. Ich glaube schon in der 40. Minute. Dann aber gleich wieder auf vier weg. Wenn wir es wirklich mal schaffen, das Unentschieden zu machen oder sogar in Führung zu gehen, hatte ich ein sehr gutes Gefühl, wenn das eintritt, dass wir es dann auch schaffen. Dann war das so. Dann waren wir zwei Minuten Verschluss, zwei Tore vorne. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt haben wir es. Und dann in der Verlängerung kann natürlich alles passieren. Da ist entscheidend, dass man gut reinkommt. Das sind wir. Wo wir gleich zwei Tore weggezogen sind. Und am Ende haben wir sicherlich mit ein bisschen Glück gewonnen. Was mir auch aufgefallen ist, Flor, ich gebe dir recht, diese Aktion habe ich genauso gesehen, dass wir da, wenn wir auf den Arm stecken, habe ich gesagt, wir waren froh, dass wir keine zwei Minuten gekriegt haben. Aber ansonsten fand ich die Schiedsrichter, und das ist mir tatsächlich über das ganze Spiel aufgefallen, die können nicht alles richtig pfeifen, aber bei den beiden hat man einfach das Gefühl, da ist eine Linie dahinter. Man kann sich auf das einstellen, was dort kommt. Und man muss sie loben, auch wenn nicht diese eine Szene sicherlich glücklich für uns ausgegangen ist. Finde ich, wenn wir immer so Schiedsrichterleistungen hätten, ich glaube, dann würden sich beide Mannschaften nicht beschweren. Und jetzt hoffen wir tatsächlich auf ein Heimspiel. Wir werden es beobachten. Danke, Jürgen Schweiker. Ja, Jürgen, jetzt haben wir drei Stimmen gehört. Fehlt noch deine. Ja, guten Abend. Glückwunsch an Jürgen und Markus. Ich denke mal, war ein toller Kampf von beiden Mannschaften, tolle Stimmung. Eigentlich hat das Spiel keinen Sieger verdient gehabt. Es ist nochmal im Pokal so, dass dann halt so lange gespielt wird, bis eine Mannschaft dann weiter ist. Wir haben heute, ja, ich denke mal so in der 50. Minute, ja, es ist nicht geschafft, das Spiel zuzumachen. Flo hat schon gesagt, wir haben einen Gegenstoß zum 21.16, glaube ich. Kriegen dann direkt nach dem Fehlwurf, ja, auch das Gegentor. Anstelle von fünf sind es dann nur noch drei Tore. Da hat man eine Riesenchance, das Spiel zuzumachen. Das haben wir nicht geschafft. Und am Ende wird es dann knapp und, ja, entscheidend an Kleinigkeiten. Und da hat Stuttgart heute das Quäntchen Glück mehr gehabt oder ein Johannes Peter im Tor, obwohl bei uns auch wieder heute Peter Johannes und der Himmer jetzt schon wirklich seit Wochen überragende Leistungen zeigt und darauf können wir aufbauen. Und jetzt der Fokus ab morgen wieder gegen Hüttenberg, haben ein ganz wichtiges Bundesligaspiel. Und da geht es dann darum, dass wir uns wirklich auf dem einstelligen Tabellenplatz auch so ein bisschen mittel- und längerfristig halten können. Und da werden wir alles in die Waagschale werfen und hoffentlich auch wieder mit so einem tollen Publikum wie heute. Hat der Mannschaft wirklich geholfen. Leider hat es heute dann nicht gelangt. Dankeschön. Danke, Herr. Okay, jetzt schaue ich mal, ob da Fragen sind. Das ist nicht der Fall. Keine Zeit. Nein, keine Fragen. Dann auch keine Antworten. Dann enden wir hier an dieser Stelle. Wir wünschen unseren Gästen eine schöne Heimfahrt. Danke, Herr. Und sehen uns hier am Sonntag wieder. Vielen Dank. Tschüss.